ich zeige euch jetzt wie das geht mit dem kaffee satz hier habe ich schon gemacht das muss man jetzt nur bisschen stehen lassen das ist ganz frisch gemacht also wenn das so ist dass der letzte schluck ist ohne dass man kaffee satz im mund bekommt man muss ganz das letzte bisschen flüssigkeit ohne kaffee satz raus schnutzeln und dann dreht man den kaffee satz egal in welche richtung ich glaube ja wer mit dem uhrzeigersinn habe ich bei dem gemacht jetzt habe ich bei dem erst gegen den uhrzeigersinn aber wir sind mal nicht zu abergläubig darf man ja nicht sein jetzt dreht man langsam dem kaffee satz mit wem mit der wenigen flüssigkeit die noch ist in der tasse rum so das macht mal so ist schön der kaffee satz an den wänden hängt voran den an der wand von einem von der tasse schön ordentlich mal so schön und dann stellt man das hin und das ist eine weile stehen da habe ich etwas mehr flüssigkeit drin gelassen aber das macht nichts hier habe ich etwas weniger zu flüssigkeit drin gelassen das sieht man auch und hier kann man schon ganz schön dinge erkennen und zum beispiel was erkennen wir denn hier wir fangen mal da an wir sehen eine regenwolke mit blitz und donner und regeln dann sehen wir hier gebirge mit quellern der schwarzwald das quellwasser und die flüsse hier ist ein lachendes gesicht das ist ganz toll der der wald freut sich über das wasser dass die erde und die bäume bekommt und somit auch die ganzen kinder kinder lachen lächelnde gesichter gute noten einser nur umgedrehte 1 für schul note und auch die 2 ist gut die 1 zwischen 1 und 2 schreiben die kindernoten wieder freudige kinder gesichter schöne haare das ist mein sohn der freut sich über die guten noten das ist meine tochter dies wieder gesund die hat überstanden und da ist ein kleines re kids wir sind keine tiere sie freut sich auf weihnachten und ist dankbar für das geschenk von ihrem bruder der hat ihr nämlich dieses diesen anhänger geschenkt mit dem re kids und das re kids ist auch schlitt auf einem schlitten hier sie möchte ich gerne schlitten fahren aber vorsichtig auch beim eislaufen kein eislaufen fahren jetzt im moment guck mal hier das eine bein hoch das andere bein runter das ist zu gefährlich dann kommt der schwarze gesicht hier mit aua 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 nicht keine eiskunst laufen bitte dieses jahr sehe ich hier und dann ist auch alles gut dann wird das alles gut verheilen hier ist gabriel ganz weiße linie alles gut und schutzengel gabriel so und die nächste teile mache ich im nächsten video hier